Hallo meine Lieben, hier habe ich eine wunderschöne Wohnung wieder mal für euch. Und die Wohnung, hier die Daten, die Wohnung befindet sich im Stadtteil Machmottlar. Wir haben es nur 450 Meter zum Strand, also ca. 7 Minuten zu Fuß und ihr seid am Machmottlar Strand. Ja, es gibt am Machmottlar Strandbereich auch Sandstrandbereiche, da ist nicht alles nur Felsen. Gibt es übrigens überall in Kestel, haben hier zum Beispiel auch einen Strandbereich, da ist, kannst du sagen, 50 Meter nur Sand. Aber Machmottlar, Kestel, Kargecak, haben wir viel Felsen. Aber ich kenne Mädels, die wollen eher zu felsigen Bereichen gehen. Warum? Weil sie da schnorcheln können. Weil es dort Fische gibt, weil da Muscheln, was auch immer. Nur so am Strand gibt es fast nichts. Und jeder wie er mag. Wie mögt ihr es denn? Habt ihr euch schon mal überlegt, was ihr lieber habt? Wie ist es denn bei mir? Bei mir? Bei mir? Was ist denn? Wie ist es denn bei mir? Also, wenn ich auswählen darf, ja, da ist Kleopatrovic natürlich am besten, weil da haben wir links den Burgberg, Halbinsel da und da gibt es genug Krebse, Fische, Felsen, Korallen und dazu gleich daneben den Sandstrand. Kinder, wenn sie noch klein sind, denke ich mal, natürlich Strand besser. Da können sie ihre Burgen bauen und spielen und auch ins Wasser gehen. Aber wenn sie dann so Pubertätsalter, da ist, denke ich mal, schnorcheln viel interessanter. Ja, ich schweiß schon wieder ab und ihr wollt mehr Infos von dieser wunderschönen Wohnung, könnt ihr gerne haben. Wie ihr sehen könnt, die Küche ist nicht die neueste, aber ihr habt ein Jahr Garantie auf alle Elektrogeräte. Und bei dieser Wohnung bekommt ihr noch ein Jahr Internet dazu, habe ich die Daten jetzt schon gesagt, 139.000 Euro, zwei Bäder, Machmutland habe ich ja schon gesagt, Top-Anlage mit Tennisplatz sogar, mit Tennis-Kort. Also, wie muss man sich da eigentlich als Deutscher fühlen, wenn man solche Sachen hört hier von mir? Wenn man hört, Pool, oh shit, naja, mehr, ich habe gar nichts. Und dann hörst du auch noch Tennisplatz und in dem Fall haben wir auch noch ein Café. Kannst da liegen bleiben und deine Sachen bestellen. Das gibt es sehr selten. Dann einen schönen Pool haben wir hier. Wir haben hier günstigen Eidat, weil es sind drei Hochhäuser, kannst du sagen. Im Machmutland gibt es ja fast nur Hochhäuser. In dem Fall haben wir 13 Stockwerke. Wir befinden uns im Vierten, oder muss ich mal nachschauen. Und wie ihr sehen könnt, die Küche, Marmorplatte und Krankochfeld ist wieder die Frage, wem das besser gefällt. Induktion ist auch wieder die Frage, wem das besser gefällt. Und das ist immer die Frage, also ich bin deswegen Gasfan, weil das kostet hier so gut wie nichts. Leute, also wir kochen mit Gas und meine Frau kocht jeden Tag zwei, drei Mal. Und alle drei, vier Monate brauchen wir dann so ein Gasteil. Was kostet das? 400 Lira, glaube ich, kostet das. Was macht das? Das macht gar nichts. Ich sage es euch, 20 Euro vielleicht. 20 Euro mit Lieferung. Immer mehr Leute, die vor Jahren auch weggegangen sind, wollen zurück. Und ich meine es nicht, Herbert, Herbert kommt jetzt nur zum Urlaub machen und wir treffen uns doch. Oder Herbert, Kaffee trinken. Und ich meine zum Beispiel Kunden von mir, die aber gemietet hatten, die in Bamberg leben, gelebt hatten, dann in der Türkei sind. Und durch familiäre Gründe mussten sie wieder zurück. Und jetzt halten die Eltern es aber nicht mehr aus. Die Kinder sind jetzt wieder schon volljährig geworden. Und jetzt überlegen sie, wie sie die Kinder loskriegen. Das ist so interessant. Also mit Kinder loskriegen meine ich halt, dass die Kinder halt eigenständig, selbstständig leben können. Ja, können das Kinder irgendwann mal. Also ich, als Eltern will man sie ja nie freigeben. Aber im Koran steht drin, Kinder sind nicht dein Besitz. Die sollen machen, wie sie wollen. Und du musst sie auch mal freilassen. Ja, und die halten es deswegen nicht aus in Bamberg. Wobei Bamberg wunderschön ist. Ich bin ja Franke auch und aus Nürnberg. Und Bamberg ist wunderschön. Bamberg war mal übrigens, ich weiß gar nicht mehr, es ist immer noch dort. Da waren zigtausend amerikanische Soldaten stationiert. Und Bamberg ist eigentlich wirklich wunderschön. Ja, auch grün, total grün und schön. Aber wahrscheinlich hat sie das System da auch irgendwie eingezwängt. Mehr zur Wohnung, ihr wollt doch die Wohnung sehen. Ja, vielleicht gefällt sie euch. Also wenn sie euch gefällt, wie gesagt, ein Jahr Internet kostenlos noch dazu. Und ein Jahr Garantie auf die Geräte. Und der Pool ist mittlerweile voll. Hier funktioniert alles. Das waren jetzt Aufnahmen vom Winter. Da sind alle Außenpools. Eigentlich schon alle, also wirklich alle Außenpools. Ja, Indoorpools nicht. Sind da aus. Und das sind hier diese ockerfarbenen Balkongebäude, gehören dazu. Und wie ihr sehen könnt, da hinten ist auch der Tennis Court. Und hier haben wir das Wohnzimmer. Wir haben etwa 105 Quadratmeter brutto. Und mit Bädern und Balkonen. Und der Preis ist mit allen drum und dran. Ja, die Gartenmöbel sind aber reparaturbedürftig. Sage ich gleich dazu. Und die Garantie gilt nur auf die Geräte. Die anderen Möbelstücke sind eigentlich in Ordnung. Und hier haben wir das Hauptbad. Und ihr könnt ihr halt überlegen, Wanne oder Dusche. In der Wohnung habt ihr zwei Bäder. Und hängendes Klo. Also es ist nicht so alt. Soviel ich weiß, es ist 2012. Und hier auch eine schöne Ablagefläche. Waschmaschine habt ihr auch. Das Regal, das Schenkchen unten. Das müsste man austauschen. Das, falls es jemand kauft, lasse ich das austauschen. Diese, wie sagt man? Boah, das ist irgendwie dieses untere Gestellteil. Hier haben wir eines der zwei Schlafzimmer. In dem Fall das kleinere. Und trotzdem ist noch Platz für einen großen Schrank da. Und auch Platz für Nachtkästchen. Das ist das größere Bad. Und da haben wir unser eigenes, größere Schlafzimmer mit unserem eigenen Bad und Dusche. Ja Leute, also wer Lust hat, für diese wunderschöne Wohnung 139.000 Euro. Und sie gehört euch. Nebenkosten sind knapp bei 40 Euro. Aber bedenkt, dass wir auch Tennisplatz haben. Dass wir eine große Poolanlage haben. Das muss alles gemacht werden. Und auch Aufzüge von einem ferten Stockwerk haben wir die Wohnung. Und es ist nahe Ataturgstraße. Also alles in der Nähe. Ihr habt alle Supermärkte in der Nähe. Dann haben wir auch noch Jektar Mall. Also ein Einkaufszentrum mit Rossmann usw. in der Nähe. Und für eine Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei Bädern 139.000 Euro. Ist aktuell gut. Ist aktuell gut. Also wer Lust hat, langt zu. Sagt Bescheid, wenn ihr sehen wollt. Dann fahren wir zusammen hin. Und wir müssen alles immer schriftlich festhalten. Nicht, dass dann einer sagt, du hast das und das behauptet. Dann, wenn ich zum Beispiel sage, hier die Möbelstücke, teilweise sind sie halt nicht gut erhalten. Oder hier dieses Schränkchen, da muss repariert werden. Und das ist im Preis mit dabei. Und ich habe gesagt, ein Jahr Internet ist mit dabei. Dann stehe ich auch dazu. Aber bitte, das müssen wir alles schriftlich festhalten. Kann ja sein, dass ich unbeabsichtigt das vergesse. Oder ihr irgendwas vergisst. Oder mir gesagt habt, oder man vergisst. Oder wie auch immer. Deswegen beim Vertrag unterschreiben. Preis, Anzahlung. Und wie lange es dauert, bis das ganze Geld da ist. Wer länger braucht als einen Monat, der braucht sich gar nicht melden. Das muss alles innerhalb von vier Wochen erledigt sein. Weil länger wartet hier keiner. Ihr wollt ja auch planen und Sicherheiten haben. Und in dem Fall hätten wir es. Okay, meine Lieben. So viel mal von mir. Also wer Lust hat für diese schöne Drei-Zimmer-Wohnung, kann sich melden. Muss man die jetzt renovieren? Muss man selber wissen. Wenn ihr reich seid, wenn ihr Geld übrig habt, könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Muss man das. Manchmal finde ich es schade. Manchmal tun die Leute Sachen renovieren, wo ich sagen würde, mein Gott, das war doch noch alles in Ordnung. So schlimm war es doch nicht. Aber das ist mir egal. Das ist euer Ding. Und lasst euch auch nicht von mir beeinflussen. Habt euren eigenen Geschmack. Okay, das war so viel von mir, meine Lieben. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.